Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Letzter bei Look at Together. Wir spielen Copanito, denn das Spiel hat jetzt endlich einen Online-Multiplayer bekommen. Es ist noch alles in der Beta, aber die lieben Entwickler haben uns 4 Keys zur Verfügung gestellt, weshalb wir das jetzt mit Flash, dem Bloopster und dem Xelmon testen können. Es ist ein lustiges Fußballspiel, erinnert mich so ein bisschen an das ehemalige Nintendo World Cup vom NES. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wie gesagt, es ist noch alles in der Beta, falls was im Spiel oder im Online-Boost nicht wirklich klappen sollte, aber ich habe eben eine Runde mit 211 mit Flash-Spieler, da haben es gut funktioniert. Macht auf jeden Fall Spaß, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Ja, und mit der linken Schulter-Taste benutzt du auch Items, wenn es welche gibt. Und die laden sich dort oben irgendwie auf. Alles klar, ich habe alles erklärt, während du ein Intro gemacht hast. Slow Connection hört sich nach Slow Connection anders. Ähm, wieso sind die Farben so hässlich? Hallo? Hallo? Ich bewege mich auch nicht. Ah, heck. Naja, mit A wechselgespielern. Mit, äh, Fußball. Hä? Äh, mein Gott, Lola, das geht bei mir, glaube ich, über die Tastatur. Seid ihr dumm? Ja. Also, es war Jordan, ich bin dann von der Angepferde. Okay. Lobby steht da nur rum. Lobby. Ja, mit Fein-Tasten. Lobby macht ein Tor. Lobby. 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 Ja, keine Ahnung, ich habe dann auf einmal die Maus bewegt, auf einmal hat er irgendwas gemacht. Ein Tor gemacht. Das ist einfache Rambe. Wie kann man nur zu dumm sein, einen Controller zu benutzen? Der Controller geht einfach nicht. Der Controller geht nicht. Du musst es ja mit Tastatur spielen, mit Mausdomen etc. Huuu, Aua. Kannst du mich mal nicht umgehen. Du an die Tor. Ich glück, man, denn mit Tastatur. Was ist denn? Bestimmt mit Fein-Tasten. Ähm, sorry. Wo sieht das aus? Ich hab' die eigenen umbauen. Aua. Hallo? Lobby. Nein. Mit wem spiel' ich eigentlich zusammen mit Xerbo? Jaa. Haltung, Lund Xerbo. Das ist die falsche Richtung, Xerbo. ich hab ihn aber nicht bekommen wuuu jetzt suchs hermann und er macht ihn rein bluby macht ihn auch gleich wieder rein bluby macht ihn auch gleich wieder rein geh doch noch ein bisschen näher ähm entschuldigung entschuldigung danke hast du sehr dick gemacht ja keine ahnung ich dachte ich hatte den Ball nicht was soll das denn auch ach komm mal wegen bluby hat unser Torwart Minus 1 ich glaube du bist glücklich der hätte auch fast Minus 1 gehabt weil annehmen ist sowieso nicht so leid es ist nicht FIFA wo der Ball einen gesungen wird warum hat der denn Einwurf ich weiß nicht äh mit was werde mich allen abgehen äh was die Steuerung äh klick und klack ne 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 Ecke ganz klar aus aus das Spiel ist auf ne 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 Na, halt den auf, sagen wir ja. Schon in den Weg geschmissen, und aahhh! Ähm, da ist niemand. Ich will game, fein. Da läuft er sich frei, und... Hallo? Nein? Oh, oh. Ahhhh. Keine Ahnung, warum ist das denn bei euch nicht? Ey, die Torwärte müssen aufsteigen, ich weiß nicht. Da mal ein bisschen. Ah, okay, das ist groß. Huuuuh! Hab die abgebucht. Aua! Kannst du mal nicht. Äh, was ist da? Ich will den nicht haben, nehmt ihn. Jetzt wechseln, jetzt ist der sehr, 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 sehr. Oh, oh, hab ihn noch, hallo, hat ihn noch. Einwurf für uns. Ich spiel mit Hausregeln. Wäre mal voll scheiße. Also, wir haben ja noch, äh, hier, Dings vor uns, ne? Ja, sicker-Items. Ne, bin ich, nehm ich nicht, da. Ops, warte mal noch kurz, ich muss wieder aufstehen. Ach, keine Ahnung, ich wollte unser Item benutzen, weil das ist immer so ein Schussart, oder so. Keine Ahnung, das funktioniert nicht. Hallo. Hallo. Ich nehm ihn aber so. Hallo. Ich drück mal die falsche Taste für das Item. Drück mal die, die ich dir gesagt habe. Einwurf. Nein. Hallo, das war ganz klar für uns. Schmeiß dich wieder in den Schuss. Oh, falsche Kurve. Machst du's nicht. Nur mit dem rechten und linken Button, hab ich ja gesagt. Ja, ich lauf, wer war da links? Das andere links. Boah. Bei uns, ganz klar. Was? Was? Hashtag einfach umbringen sollen. Nimm ruhig. Schmeiß dich rein. Boah. 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 Und jetzt haben ich schon ein Nacktor von einer Ecke gemacht. Und so eine 100%- çokjunk. Sontsverwertung... Mit welcher Taschen schießt man? Mit der Gleichen... mit der man gretscht? Nein. Von zweit... Nein, grätsch ist... Grätsch ist frunky. rein rein ich habe den ball nicht mitgenommen aber dann kannst du ihn zurück gibst ist ja fair von dir ich habe schon eine ecke verkackt er hat mich umgebracht es ist da vorne noch wer darf denn auch da da wollte ich auch hin ich habe nach oben gefasst weil du mich gefault hast ganz eindeutig nein weil der Torette den operiert hatte der scheiß ein bisschen längster ball der welt kein problem was passiert mir auch immer ich weiß immer noch nicht wie man wann man unser item einsetzen kann wenn ich einfach so drücken passiert nichts da ist es frei ich war frei weil ich war der Torwart ich war frei ich habe es gesehen Schiebung vielleicht muss er Blubi das item benutzen ich weiß nicht ich glaube aber nicht wo ist die Abwehr kann man den noch abfälschen und ne wollte sie ihn noch nicht haben oder ich deck dich ich greh sie alle weg mach du hast alle Zeit der Welt ja 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 ich muss aber unsere vollsten Torwart teil sein ja Tastatur öff nur weil ich dir den Rücken freigehalten habe ja 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 Ne, da hinten halt, ok Falsche Taste Oh, den Torwart schießt, der weicht bestimmt aus Kante das hat er schon Also immer auf dem Torwart flätschen Nimm Wolf Nimm Rot Danke Nein, ich bin ausgewichten Golden Goal 2-0 Blubi hat ja ein Tor gemacht Haha, dachte ich steht 1-1 Hallo, benutze einfach deinen Scheiß-Controller Geht nicht! Geht nicht! Ich drück aufs Knöppchen, Max Ich drück aufs Knöppchen, Max Das ergibt keinen Sinn Anna-Brock Du willst rückwärts was? Ne, Cortana Ihr habt kein Apple hier Ihr spielt zum Schokoman Ihr seid Palästina Ah, jetzt geht's Stimmt Oh Wer waren wir eigentlich? Ja, ich weiß nicht, wir sind die Schwanen Genau, was ist das denn für eine Flagge? Nein, hier war Palästina Ja, wir sind ein Team Ich bin mit Blubben Ich bin mit Blubben Ich bin mit Blubben Rechts ist Schieben Blubben Und ein Pass nach links ist Flanke Ja Nein Ich hab ihn nie wieder abgenommen Pass Pass Nein Einwuch von uns Dann war mir zu voll Nimm den Ball einfach Oh nein, ich hab ihn wieder rausgetragen Nur mit dieser Schiebung hier Gret aber alles weg, bevor der Ball ankommt Blubben Und die auch kommen Ja, ungefähr so Ist es eingekommen Da läuft sich bestimmt irgendwer frei Da läuft sich bestimmt irgendwer frei Nach Blubben wirft Da wollte ich auch hinwerfen Darum dachte ich bin das Fuck Nein Da läuft sich bestimmt irgendwer Einwurf dauert immer ein bisschen Ja, weil der so lange zögert Der nimmt die Geschwindigkeit aus dem Spiel Die in der ich euch alle umgrätsche Die in der ich euch alle umgrätsche Die in der ich euch alle umgrätsche Oh, hast du gesehen? Der hat noch nicht mal hingeguckt in der Spiele Das ist falsch closed Das ist falsch closed Ich hatte den Ball dann Ups Da wer Da Entschuldigung Nimm einfach den Ball hier Nimm Ich will den nicht Hast du Blubbi Oh Posto Warte, ich will auch nochmal Ich hab auf Kim Jong und Oh Ich bin gegen den Posten gelegt Aber Äh Ja, das wollte ich grad tun Ups Hier oben, Blubbi Nicht da oben Das andere oben Das nicht ganz so oben Das Publikum scheint enorm begeistert Das Publikum bei heute wieder wundervoll Hallo Hallo Da war das Ja Damit ihr euch wieder regenerieren könnt Egal, wir haben gewonnen Takt Hier Blubbi Nimm du den Ball dann hinter dir her Ein taktisches den Ball nicht drehen Um mich umgegräbst zu werden Ja Nimm die Ecke dafür Okay, ich hab nen guten Trick Ähm Nein Wo bist du Wo bist du Wo bist du Kein Saar Ich hab weischt Wir haben uns das mit umgegräbst Takt Taktiv wollte ich nicht Ja Kein Zeug Ich lauf nimm eins aus Ja Jetzt will ich grad Ups 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 Ich dachte du gibts hin Ähm Ich kann das Spiel zurückteilen Ja jetzt kann ich eine Ja was ist jetzt los Na ja Dann macht er den Ventilator an Dann wird der Ball nicht reing Ähm Ich wollt grad sagen Torwart Boah der passt Der passt nicht gerade Der passt immer schräg Ich wollt einfach nur nach rechts Gerade nach rechts He 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 Da war ein Beingestellt Da nimmt man auch den Ball Äh da schwarzer Mann Ah Mach auf Bin vorbei Aber schön Ball gebrochen Ähm Wer hat den Ball Seh nicht mehr Blobby Greta oben WUH Jetzt stehen alle unsere Männer Demi und Tor Fuck WUH Ähm Abseits Irgendwie passieren die noch Da oben Wo es leuchtet Das ist ja Wenn die Leistung frei ist Benutze ich das Biiiiiiiiiiiiiiiiiii Mich kann nicht steuern Oh fuck Ok Hab ich zu spät bemerkt Da war ich schon Schalt so weit draußen Lauf dir frei Blobby Oh du Okay ich lauf mich frei Blobby Und zwar genau da Lauf dir aber frei Ich trick's dir alle aus Ja und dann bleib ich in die Ecke Guter Dreck Und da läuft er sich frei, ey, geht hier wieder her. Hallo. Hast du gerade Jesus den Ball abgenommen? Ähm. Da. Oh Boss, ich hab schon so ein paar Rückziehe ausgeholt, hast du es gesehen? Komm her. Oh warte, fuck. Ich nehm ihn. Ich will ihn nicht. Ich glaub wir müssen noch gar die Zeit ein bisschen höher stellen. Außer sie immer anhält bei uns. Komm mal. Komm mal, Kishi. Das ist ein scheiß Sauber. Oh Jesus, mein Boy. Und jetzt haben wir auch noch. Ups. Hallo. Hallo. Wuh. Neh mich einfach. Reitenwechsel, schöner Reitenwechsel. Jetzt wieder runter durch und ab nach vorne. Ich wollte ihn gar nicht. Ich will ihn gar nicht. Irgendwie will er nicht mehr schaden. Ob's kaputt kam. Ja. 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 Mist. Soll ich nicht schmerz. Ich schmeiß mich in den Weg, ne. Lenk ihn rein. Oh. Der ist ja mega overpower. Er hätte den sehr weh gehört. Ich hab keine Ahnung wie man halte ich spiel Ähm mit dem Linken oben Nicht unten Nein Was ey, mach doch gut Fick dich Hallo Könnt ihr euch mal nicht alle in den Ball schmeißen Werf ich reingeworfen Bei der Ball ist direkt der Lippertipp Ne, ich werf den jetzt mitten rein Oder du Kopfball Das Zeitspiel Was? Hallo Ich hätte ihn gern wieder zurück Dafür bezahlen Oh Ich hab die Six selber vorgelegt Der rollt noch rein Ja Hier habt ihr in die Ecke Ball Weil ich ihn noch genommen hab Ja Ich spiel auf die drei Neger laufen Mit Konter Hu Zeitspieler Man kann auch sprinten, ne? Kann man das Ja Ich grätsche mal entspringen Welcher Knopf denn? Äh, LB Äh, das ist voll der Bullshit Der ist kein Stück schneller Ja Also Wenn du nicht den Ball hast Kannst du sprinten Na grätsch ich Neo, hey was? Grätsch noch schnell Ja, voll schnell Banane Ich drehe nochmal in die Richtung Ich drehe nochmal in die Richtung die ich gar nicht will Oh Gut Standen wir drei gegen den Torwart Fun Fact Mit RB läuft dann langsamer Ja Ja, das hab ich vorhin schon Erkannt Fun Fact Du hast uns ausgeschossen Und bist gleich vorbei Wird das auch ne Chance geben Achso, warte War das nur in der falsche Richtung Wieso dreht denn links auch nicht nach links? Das ist ja voll der Bullshit Ja, das Schraubelt mich da auch Jedes Jahr Kann man das in die Steuerung ändern? Nach rechts, nach rechts, nach rechts In unseren 16er Macht der den einen Wurf Den 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 Wer denkst du wer du bist? Manuel Neuer? Oder Manuel Alter? Spiel das aus Ihr wart zusammen Warte, ich geh mal kurz kurz Guck mal mal in die Steuerung Warte, ich geh mal kurz kurz